So, jetzt besuche ich mit dem schweren Transporter wieder zurück zur Idee fahren. Mach ich aber nicht mit. So, jetzt fahre ich mal wieder zurück zu D, jetzt kann eine Wasser in die Brücke jetzt noch mal auf geht. Ich liebe es, immer lieb ich. So, jetzt fahre ich mal schnell wieder zurück zu D. So, eine kleine Abkürze genommen. So, vorsichtig hier langfahren. So, jetzt füge ich mal die Zigaretten aus und sehen wir da nix. Äh, also. Klack. Ja, du bist doch selber schuld. So, klack. Mal gucken was er jetzt will. Ja, ein schönes Gardner, der ist nicht da. Ja, da haben wir es ja geschafft. So, jetzt fahr mal zur R. So, mit voller Karaffe fahre ich jetzt so hoch. So, jetzt fähre ich mir an die Toilette. Okay, was wir jetzt noch mal haben, was er will. Mann, 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 Mann. Jetzt brauchen wir mal schnell ein Autochin. So, man kann da drüber springen. Ey, ich sehe schon, komm, die Mission ist wieder versaut. Warte mal. Jetzt müssen wir aber Gas geben, sonst ist die Brücke wieder oben. Das ist nicht eine langzame Kiste. Was war das hier jetzt? Dann haben alle meine Waffen wieder weg. Nein. Nehme ich aber mal ein schnelles Auto. Da muss ich mal was anderes überlegen. Dann fahr ich lieber mal durch den Tunnel. Die Karin nehme ich jetzt mal. Schnelles Auto, es geht mal. Da muss ich wohl durch den Tunnel fahren. Das haben wir schon gesehen. So, haben drei Minuten Zeit. Wo ist das Auto? Jetzt muss ich mal so schnell wie möglich zum Flugplatz fahren. Das werde ich auch noch machen mit dem Depp. Die Mission erinnert mich noch ein bisschen in den Teilweise. Aber die kriegen da schon hin. Oh, jetzt sind wieder Autos hier rumstehen worden. So. Die warten nämlich auf der Brücke immer den kürzesten Weg, ne. Oder dann nehme ich eine halbe Art Tiefen und nehme ich den Tunnel wieder. Jetzt ist nämlich schon mal gut. So. Voller Karafen fährt es nämlich nach da. Richtig lang. Alles klar. Ich muss auch hier alles mal ausweichen hier. Jetzt kommt der wieder an. So. Abfahren. So. Jetzt geht es so runter. Alter, ich hab noch eine Minute. Oh, das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Freunde, das schaffe ich noch. So. Ich muss mich nur ein bisschen ballen. Unten sehe ich schon die Mauer. Drei Minuten geht es an die Maschine. Da will ich mich im Arsch machen. Und hoffentlich. Wie geht mir das aus? Das habe ich doch gewusst. So. Jetzt flieht der nämlich jetzt um. Flugplatz. Terminal B. So. Du musst der. Was stand da? Okay. Das ist schon mal zu Ende. Ich dachte, es wäre zu Ende, weil ich den Sicherheit da hingebracht habe. Das ist schon mal zu Ende. Hey, Gott sei Dank nicht. So. Jetzt geht es hier nicht voller Karache noch da leider. So, hier muss ich hin. Unten oder? Alles klar. So, da haben wir das ja jetzt auch geschafft. So, jetzt geht es mal zum Mal.